Musik Wo ist die Kunst hergegangen? Musik Wo ist die Kunst hergegangen? Wo ist die Kunst? Musik 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 Wo ist die Kunst hergegangen? Museum Das ist eine gute Frage. Wo die Kunst hergegangen ist? Bei mir zuhause nicht. Vielleicht auch auf der Strasse irgendwo. Bahnhof zum Beispiel. Die ist überall. Musik Wo ist die Kunst? Ich kann die Kunst hergegangen. Ja, wo willst du den Rahmen hergegangen? Musik 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 Die Kunst ist im Wald. Und zwar vom 17. Juni bis zum 16. September. Musik 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 Musik